Heute befinden wir uns in Zürich im ehemaligen Botanischen Garten, denn heute geht es um Düfte. Wir kaufen Chivondant, ein Schweizer Unternehmen im Bereich Flavors and Fragrances. Dabei ist etwas ganz Spezielles passiert heute. Ich habe auf die Top 10 Liste gesehen und herausgefunden, dass nur gerade ein Unternehmen aus dem Swiss Market Index, dem SMI, in die Top 10 Liste gelandet ist. Das ist Chivondant. Wie ist das möglich? Nun, wir listen nur Unternehmen in den Top 10, die eine aktuelle Beurteilung haben, die über 50 ist. Also ein Obermachtrang über 50 und sonst kommt das Unternehmen gar nicht in die Top 10 Liste. Und zur Zeit ist es offenbar so, dass die Schweizer Unternehmen alle sehr hoch bewertet sind und deshalb kein Unternehmen in den Bereich der Top 10 kommt. Chivondant ist aber ein interessantes Unternehmen. Schauen wir das doch mal genauer an. Es hat zwar einen schlechten Value-Rung, was mir nicht besonders gut gefällt, aber es ist ein Good-Governance-Stack, es ist ein Climate-Protection-Stack, was auch ein Unternehmen, das Klimaschutz überdurchschnittlich beurteilt. Und es hat ein Gold-Gewinner-CEO. Was ist ein Gold-Gewinner-CEO? Bei Obermacht beurteilen wir die CEOs jedes Jahr anhand ihrer vergangenen Performance relativ zu ihren Wettbewerbern. Und Chivondant hat den CEO Gilles André, den wir hier sehen, und Gilles André hat es geschafft, in den letzten Jahren immer wieder mehrere Medaillen in mehreren Disziplinen zu erreichen. Kein Wunder, das sehen Sie hier in der Langzeit-Performance, ist alles bei Chivondant-André überdurchschnittlich. Also ein guter Grund, das Unternehmen zu kaufen, denn wir konnten feststellen, dass Unternehmen, die bei uns bei den Obermachtringlisten zuoberst fungieren, auch bessere Aktienrenditen haben. Chivondant ist ein fantastisches Unternehmen, das sieht man auch am Aktienkurs über die letzten fünf Jahre. Er ist heute bei 2.000 Franken, das bedeutet, wir können nur gerade zwei Aktien kaufen, das macht aber nichts. Er ist aber stetig gestiegen. Das ist nicht unbedingt ein guter Grund zu kaufen. Der wichtigere Grund ist, dass der Obermacht Rang über 50 ist und dadurch Chivondant ein überdurchschnittliches Unternehmen ist für mein Portfolio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017